Musik Die modernste TV-Plattform Deutschlands, WeipuTV. Alles, was für ein außergewöhnliches Fernseherlebnis benötigt wird? Ein Smartphone und die WeipuTV-App. Wenn man Kabelfernsehen kennt, dann weiß man, das funktioniert immer. Das ist super zuverlässig, bringt ein gutes Bild. Und wenn man über eine App nachdenkt, dann fällt einem sofort ein, das ist die zeitgemäße Bedienung, YouTube, das ist praktisch schlicht in der Hand und ersetzt die Fernbedienung. Und was wir mit WeipuTV machen, wir kombinieren die Zuverlässigkeit einer Kabelfernsehausstrahlung mit der Eleganz einer App, um das damit zu bedienen. Und das insgesamt ist dann das, was wir unter zeitgemäßem Fernsehen verstehen. Mit WeipuTV kann der Nutzer auf seinem Smartphone Fernsehschauen. Außerdem kann durch die App auch der TV zu Hause gesteuert werden. Und das alles kinderleicht. Wir sind letztes Jahr im Oktober gestartet mit WeipuTV, haben da einen sehr erfolgreichen Start hingelegt, sind jetzt seit zehn Monaten am Markt und haben jetzt wirklich über 260.000 registrierte Accounts. Das bedeutet über 500.000 User, Nutzer, die entsprechend Weipu bereits nutzen. Auf der einen Seite sind wir natürlich sehr glücklich und auch zufrieden, auf der anderen Seite sporten uns das natürlich an, motiviert uns noch mehr Gas zu geben und das Ganze natürlich noch breiter zu platzieren. Stabilität und Geschwindigkeit, dafür steht WeipuTV. Die Basis für die App bietet das dazugehörige Unternehmen ExaRing AG und seine eigene Glasfaser-Infrastruktur. WeipuTV hat eine eigene Glasfaser-Infrastruktur. Das sind über 12.000 Kilometer quer durch Deutschland und mit diesem Glasfaser gehen wir an den Internetknoten vorbei. Und wir sorgen dafür, dass das Fernsehen auch zuverlässig um 20.15 Uhr und 20.30 Uhr in HD oder 4K ins Wohnzimmer kommt. Das ist der Unterschied. Auf der Infrastrukturseite und auf der App-Seite haben wir dafür gesorgt, dass es eine besonders einfache, übersichtliche und schnelle Bedienung gibt, sodass es auch Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen. Stabil und schnell durch Glasfaserkabel. Ob Filme oder Serien, der Anwendung sind keine Grenzen gesetzt. Der User kann damit auf modernste Art Fernseh schauen. Das bedeutet, sie haben Zugriff auf über 60 Sender. Das ist bereits am Preispunkt von 4,99. Und die 60 Sender alleine sind es natürlich nicht, sondern sie haben wirklich eine moderne Art, Fernsehen zu gucken. Wir kombinieren ein lineares Fernsehen auf der einen Seite und auf der anderen Seite können sie wirklich sehr einfach Sachen aufnehmen. Mit einem Klick markiert, wird das Ganze entsprechend in ihrer persönlichen Mediathek hinterlegt und können die Aufnahmen immer angucken, wann sie möchten. Unabhängig, wo die TV-Dose ist, beispielsweise in ihrem Zuhause, in jedem Zimmer und sehr, sehr flexibel. Weitere Sender und Inhalte sollen folgen. Eine ganz neue Zukunft für das klassische Fernsehen und den User.